Wir sind hier in Spey am Mittelrhein. Ich bin der Florian Weingart und mit meiner Frau Familie bewirtschaften wir hier ein kleines Weingut ausschließlich Steilhagen, fast nur Riesling, etwas Spätburgunder. Wir sind jetzt gerade im letzten Jahr fertig geworden mit unserer Aussiedlung, haben den Betrieb also hier an den Ortsrand direkt in die Weinberge neu gebaut. Was hier draußen halt jetzt ganz spannend ist, wir haben halt Rebflächen direkt am Weingutskeller gelegt, aber eben auch Wiesen, die wir beweiden mit einem Landwirt hier am Ort und einer Familie, die Schafe haben. Wir haben auch ganz viele Obstbäume gepflanzt und das spiegelt so ein bisschen die kulturhistorischen Epochen wieder. Wir haben uns also von über zehn Hektar auf viereinhalb Hektar eigene Rebfläche, anderthalb Hektar Pachtfläche, also sechs Hektar etwa zurück bewegt, sodass ich das auch in dieser Familienbetriebsstruktur mit meiner Frau ganz gut bewältigen kann. Wir sind natürlich auch ein kleines Weingut, wollten nicht so groß bauen, aber es war halt tatsächlich für ein klassisches Gebäude halt nicht mehr viel Raum und weil wir ohnehin Spaß an diesem Tiny House Konzept hatten, kam dann tatsächlich die Idee auf, das mit dem Wagen zu machen. Der Wagen ist ein bisschen erhöht durch die Terrasse, das fügt sich wesentlich besser da ein als ein Gebäude, was so auf dem Boden aufsitzt. Ja und das war für uns auch eine Möglichkeit, ein bisschen von dem, sozusagen von dem Privileg wieder zurückzugeben an die Besucher, dass wir hier draußen wohnen dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich im Außenbereich und dann haben wir den Platz eben auch als öffentlich zugänglichen Platz konzipiert, sodass einfach jeder kommen kann. Wanderer und ganz gleich, ob aus dem Ort oder vom Campingplatz oder Weinkunden, die von weiter weg kommen. Jeder kann den Platz halt nutzen für die eigene Brotzeit. Jeder kann einfach was mitbringen. Wir verkaufen dann nur den gekühlten Wein dazu, wenn die Gäste möchten. Ja. 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 Ja.